Phase 1? Great! Phase 2? Okay! Phase 3? Mockdop! Ja moin! Ich wollt zwei Epic Fähre für Phase 4 vorbestellen. Habt ihr da was Spezielles im Angebot? So ein Schwarzes mit Pünktchen oder sowas? Ja? Kein Problem, es ist egal wieviel es kostet. Aber wissen Sie was? Schicken Sie mir gleich 3. Ka-ching! Ich muss schnell Level 60 werden, ich will der erste in der Gilde sein, der Pre-Raid du bist gearhart, ich bin so geil! Du kommst hier nicht rein, du bist Rogue! Nur Caster-Klasse, du Luke! Also den, den würd ich nicht mitnehmen, der in den 77er-Pars. Spendierstabend 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 You can start Classic Plus. Science has all but evaporated. The drums of war thunder once again. Spendierstabend Untertitelung des ZDF, 2020